Das Fußballtraining wird in Zusammenarbeit mit dem CF Sterzing organisiert und findet für Buben und für Mädchen jeweils dreimal die Woche statt. Das Training umfasst ein fußballspezifisches Konditions- und Kräftigungstraining sowie ein Technik- und Taktiktraining. Während des Schuljahres werden auch mehrere Testspiele absolviert, um die Mannschaften auf die Schulmeisterschaft vorzubereiten. In den Wintermonaten wird in der Halle zweimal weiter trainiert. Der ganzjährige Trainingsbeitrag beläuft sich auf 200 Euro. Für weitere Detailfragen wenden Sie sich bitte an den Sportkoordinator Peter Oberberger oder den Ansprechpartner des CF Sterzing Franz Holzknecht.